Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, jetzt ist nur die Frage, wo ich hin muss. Ich tp mich mal zu dir. Mach das. tp. Eddie Derbyshire Kazuta. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen... What the fuck? Eddie Derbyshire... Ach, jetzt kommt keine... So, jetzt. Aber, ha. Wie ihr seht, habe ich meine Gui Größe ein bisschen verkleinert. Kannst du mir bis in Saphir-Eisengemeid, bin ja gestorben. Und Holz vielleicht auch. Warte, ja, ähm, hier. Warte, kurz. Seid aufs Wort. Du hast das Rohgeschäft. Ja, ich hab doch dieses wie heißt es, Samtanscho. Ach so. Okay, vielen Dank. How about kacke. Und so sieht auch irgendwie scheiße aus, ne? Warte mal da, das ist Gui, jetzt kann es sein, ob das da unten kleiner ist. Und das ist auch... What the hell? Nein, das kann nicht so bleiben. Soll habe ich dir gerade Eisenbahn gegeben? Ich habe sie mir genommen. Ach du, Mann. Erzähl jetzt ist es wieder besser, ja. Ja, ich muss mir ja meine Sachen machen. Warte, wie... Jetzt muss ich hier mehr... Warte, nachher. Ja, ich muss mir jetzt... Dein Server lag gerade ein bisschen, kann das sein. Bei mir nicht. Ja, weil es irgendwie ein bisschen verzögert. Ja, und 40 Frames. Und so, kommt krass. Hast du rein? Ja, es kommt nicht auf Frames an gerade, aber hier auf den... Okay, warte, jetzt hier kurz. So, ins Menü und ins Verzauberungsmenü. Und das hier rein. Oh, fuck. Holy crap. Für ein Glückwüns. Alter, geht das schnell. Alter, Alter, Alter. Und wo habe ich das Ding jetzt gebaut eigentlich? Ein kleiner Feiner will den... Oh, fuck. What the fuck. Geil. Hier kommt gerade sehr schön in Saphirin, doch mal eine Glückwünschen-Spitzhacki. Ach, hier geht's runter, okay. Schön, schön. So, perfekt. Hab ich alle, jawohl. So haben wir nämlich eine schöne Ausrüstung. Also, also einmal so, erst mal eine Spitzhacki. Dann eine Schaufel. Dann eine Axt. Und natürlich ein Schwertchen. Da, da, hallo. Ist irgendwas... Ihr seht, hier Leute, die Aufnahme, irgendwas stimmt. Aber okay. Die sind Verzögerung ist irgendwie ein bisschen komisch, aber okay lassen. So, ich komme in die Höhle, ne? Bist du in die Höhle? Warte, 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 Mann, ich baue gerade einen Weg nach oben. Weil ich meine, in die geile Höhle. Und zwar, sieh ich mich. Wo bist du? Komm mich hier gerade raus. Und da habe ich mich gerade rausgebaut. Und zwar führt es hier eine perfekte Treppe nach unten. Wir waren es direkt neben mir. Warum hast du dich jetzt teleportiert? Weil ich zu dir hinwollte. Ich habe die ja nicht gefunden gehabt. Willst du nicht hier oben warten? Ich muss eh kurz noch... Entschuldigung, Leute, ich muss cheaten. So, hier, also Effizienz, 5. Haltbarkeit, 5, Glück, 5. So, zack, dann hier, das ist ja schon eine glückliche Zeit. 4, 5, 5, Verbrennung, 5, und Klünderung, 5. Aber Rückstoß, 5, geht auch noch. Kann nur drei Sachen, noch mal mal. Ne, ich kann 4. Die ist voll geil, ja. Bei was, bei Saphir oder bei den? Bei Saphir. Bei Reisen geht es nur drei auf den, glaube ich. Ich habe jetzt halt bei meiner Spitzhacke. Aber ich habe jetzt den, Martin, mal kurz. Ich verzauge mir da noch Santanschü dazu. Martin, ich nehme mal die Glück, das Glück nehme ich mal weg. Und nehme dafür Santanschü dazu, bei der Santanschü kann ich immer ändern. Sehr keine Sache. Ich nehme die ganze Zeit Santanschü. Ja, mache ich ja. Ja, wenn du Rohstoffe oder sowas abbaust und dann mache ich nachher uns eine mit, keine Ahnung, was das ist. Aber okay. Ja, aber machen wir uns nachher eine mit, äh, Ding, viel mehr Glück, weil ich... Ah, habe ich ja jetzt so gemacht. Ich sag's bloß. So, fuck, ja. So, was soll ich mal machen, ist ne Diamantspitzhacke? Nein, Mann. Wieso ist das hier schwarze Wolle? Oder es ist obsidian? Was ist denn das schwarze hier? Was, ich komme zu dir, einer und weg. Oder ist das nur ein Render-Fail? Render-Fail. Ich weiß auch noch, was du meinst. Warte kurz. Im Arsch. Ja, das ist nur ein Render-Fail. Okay. Vergiss das. Ja, ist nur ein Render-Fail. Okay. Wie sieht's aus, wie viel Dinger hast du? Was? Wie heißt die Scheiße? Rackelt. Ähm, keine. Was heißt keine? Keine einzige. Und bist du unten in der Höhle? Ja. Bist du sicher? War sicher. Na, wenn ich mich zu dir teleportier, da ist es nicht... Ach so, nein, 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 warte, 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 nicht teleportieren, nicht teleportieren. Nein, 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 nein. Okay, warte kurz. War ja einmal kein Raum oder so. Ja, ich bin gerade dabei. Warte. Ich muss hier nur kurz ein bisschen Fläche. Dingsen. Weil ich hier ist überall, ich stehe hier so überall am Rand irgendwie. Das gleich. Oh nein, ich hatte Essen dabei. Ich bin hier ruhig. Okay, jetzt kannst du nicht teleportieren. Warte. TP. hast du Fackel? ja ich hab für dich und für mich dabei ich hab eineinhalb Stecks ok jetzt kannst du geben ein bisschen der halbe Steck vielleicht reicht danke warte also du willst nicht mehr ne das ist ok hast du noch Essen? 38 Brot kannst du mir bis die Hälfte davon geben oder einfach 10 Brot oder so danke wie sie sagt ich würde sagen wir leuchten erstmal aus und schauen was es alles so gibt oder? ja ich bau gleich bisschen ab warte das Koffer nur da sind Krieger kaputt gegangen weil hier liegt ähm Ding gelag ja ist die scheiße ähm ja 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 genau hier lag das rum ok nein 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 nicht wundern nicht böse nicht böse sein die Spitze geht so ab Alter geil aus einem Saphir Block 3 Saphir bekommen ja ich habe aus einem Saphir Block schon 6 Saphir bekommen ich ja mit Glück das ist ganz so gut 5 aber ich denke wir bauen jetzt alles mitsamt an Schock und nachher erst mit ja 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 so ein Aschen kann man nicht machen ich bin gestorben hier gibt es nichts gibt die ich glaube nicht dass ich sie ich glaube nicht dass ich so geil ist die Hölle hier ich glaube auch nicht aber wir können sie trotzdem ich höre nur Monster das ist es ist alles und jetzt ist es das ist es alles ist gelingt das ist gelingt und ich habe mich nicht so lange gelaufen ja hier halt hier einmal gestalten also es ist so krass dass die Tropen Alter ich vor allem wie viele wow 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 was ist das hier Alter wir umlaufen Creeper und hier ist fett Lava gut Frage ist nur wie ich wir stehen links lang gelaufen Scheiße das war es echt warte tp dich halt zu mir na fuck ich hab deine Augen glaube ich gesehen ahaha shit alter das war knapp fuck alter also ich hab grad so Schiss ey das glaub ich nicht das glaub ich nicht da 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 ist der Creeper da ist der Creeper da ist der Creeper da ist der Creeper da muss ich dir eigentlich wow ich hab sieben Gunpowder aus einem Creeper bekommen sieben was für ich hab ein Ludwig also Glück wenn ich die Töte dann krieg ich halt ganz viel Zeit und ich war gerade noch bei dir wo ich bin gelaufen hier Achtung ich über mir ein bisschen ich bin warte mal ich bin bei dir ich bin da runter ich bin ja keine Ahnung klatschen halt irgendwo ja das so muss ich mal in der Schlucht direkt sie ist ja ab und schweig aber ich werde sie haben wo hallo Achtung das Robine wo so ich mich überwollt ja ich hatte ich auch vor ich bin mir gerade nur hier bis den Stein dass ich mich auch rüberbotteln kann die der Götze ganz schnell Fakt mal, die wird hier nochmal Alter Übertreib mal nicht, wie fucking Rüst die ist Das Gold Ich hole die Saphire Scheiße, da hat mich gerade ein Monster fast runtergehauen, Mann Alter Das ist Skeletz, Skeletz Scheiße, Mann Warte, ich nehme eins, warte kurz Ich hab auch so ein geiles Alter, was war das für ein geiler Ja, für eine Flünderung, für eine Verbrennung, für einen Rückstoß Ich hab fünf Schauken, ich hab keinen Rückstoß Einheitsrückstoß habe ich ja auch noch genommen, stimmt Ich hab alles Rückstoß ist richtig geil Hast du die Saphire? Ich hole sie gerade Ich muss sie erst kurz drum rum bauen, dass sie mir nicht runterfallen Ach, das ist mir diese Allee, das ist mal richtig riesig Sowieso, Standardjohn Also ich glaube, wir haben für immer ein Kovalent an diesem Nicolite ausgesorgt Was an, was? Nicolite, ich weiß nicht, so blaue Stoff, bei dem keiner weiß, so was so gut ist Ach so, ja, was bringt das echt jetzt? Also, keine Ahnung, schauen wir mal So, hier kurz Dann hier Ich geh mal hier links lang Ich geh mal hier runter bisschen Ich geh mehr, ich geh mehr so auf Richtung Diamantenebene Komm her, komm her, komm her, was ist eigentlich hin? Mal im Ernst Komm her, komm her, komm her, komm her, Junge Schnell Warte kurz Geil, was ist, was ist das? Warte kurz Emerald Ore Was, was, wo bist du denn? Hier, keine Ahnung, irgendwo Ja, wo hier? Ach, ich sehe deinen Namen Ich bin, ne Wo bist du, Mann? Warte, hier Ich wurde mich gerade aus Hier Oh, okay, was hast du denn? Komm, lass mich Wo runter? Scheißspiel, scheißspiel Wecker Was hast du denn gefunden, Mann? Komm mal mit, einfach hier Ja, ich bin doch schon da, wo du warst Hier Ich bin weitergelaufen Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Aus zwei La-Best-Lazul-Release-Blocks Ein Stack fast, 40 Oh, alles ist nur du Gott sei Dank, Junge Wart mal kurz, hier kurz zumachen Ich sehe das Gelände und es schießt mich ab und ich bin fast tot Ich sehe Uran, ziemlich viel Lava Fuck, jetzt hab ich mein Schwert weggeworfen Und hab Angst Ich hab auch mein Schwert weggeworfen, weil nur noch vier Leben Aber dann würde ich sagen, dann wäre schön beenden wir erstmal die Folge Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder einschaltet Und wenn's wieder heißt, herzlich willkommen zurück zu Tech-It Und dann wäre es Und dann wäre es Ich bin ja